geht das regnet zu dolle mehr regen naja es geht vorne auf man kann wer also weiter noch eine neuerung der 1.3 ist zum beispiel der die sterne und der himmel sehen realistischer aus es gibt sterne in minecraft hast du noch nie gesehen nein sie ist er guckt immer auf dem boden der guckt sich gar nicht die bauwerke an der guckt auf dem boden lol ich habe gerade ein eisenhelm gedroppt von zombie ja ist mir damals in der in der vorigen das ist aber auch das ist auch schon früher das ist in der in der hat angeschrieben wahrscheinlich kommt er jetzt auch gleich 1 1 ich glaube drin ja ne seite 12 glaube ich oder 12 aber mit einer extrem geringen rate hier haben wir doch eine eigensatzlinge und ein bisschen knochenmehl das ist ja knochen hat man ja mit gehabt ist egal jetzt ja knochen habe ich auch einige mit knochen haben wir so viele in der truhe alter wir ersticken ja fast an knochen hinter dir habt ihr habt so einen bogen mit einem kinder feiler ich bin cool wir haben kaum feiler glaube ich noch müssen doch bewohner finden der allerdings verkauft hey das haben wir noch gar nicht verraten okay man kann jetzt handeln aber mit was ist die frage das verraten wir nicht zeigen wir euch nur wenn ihr jetzt erwarten könnt entweder googeln oder mein kurs oder selber spielen und ihr habt so eine geile App die ich könnte auch könnte mich auch anrufen sag ich dir ne tut es nicht Doppeln abonnieren trücken 2 abos verraten ich dir ne 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 unser privater server ist für alle leute offen der ist zwar nicht 24 7 aber er ist da was 24 7 24 Stunden 7 Minuten nö das würde ich auch nicht machen aber Tommy ist gerade reingekommen tu dir mal bitte anschreiben weil ich kann das jetzt gerade nicht machen weil wir ja gerade mit uns selber beschäftigt sind aber schreib ihn nicht dass er mit irgendwelchen Geräuschen wieder reinkommt weil haha das ist geil ich schreibe immer die Gründe dazu also wir hätten noch also wir hätten noch ein paar paar Plätze für unseren privaten Server frei aber da habt ihr keine OP Rechte also nicht cheaten und so könnt ihr da wir cheaten auch nicht auf dem Server außer auf unserer Partystadt in Creeperhausen ja Partystadt Creeperhausen wo wir unser diesjähriges Kostümfest das war eigentlich nicht schlecht ne nein bloß bloß das hat genervt dass die Redstones buggen ja oh das Oblivion Intro hab ich auch vorhin gehört Oblivion ist auch ein geiles Spiel genau wie Skyrim ja ihr könnt sagen was ihr wollt Skyrim lässt sich einfach mit Xbox Controller besser spielen als mit mit Tastatur und Maus meine Meinung kann man spielen muss man aber nicht also ich finde es ist besser zu spielen irgendwie ich hab das damals nie so gesagt außer auf der Xbox damals Oblivion oh wunderbar Xbox Oblivion also ich finde die Steuerung besser und viel das macht auch irgendwie mehr Spaß weil man da auch auf dem Bett liegen kann zum Beispiel na ich kann auf dem Bett liegen beim Zocken wenn ich mit ne Controller zocke ach so da braucht man sich nicht irgendwie so hinsetzen ich hey ein ab Morrowind Maintain die ist auch gut Morrowind hab ich noch nie gespielt schniff ach kann man spielen aber nur das einzige Problem war damals es ist scheiße schwer es war damals scheiße schwer ja wo denkt äh jetzt Boot abgeben wo steht das wo spielt das nächste Elder Scrolls keine Ahnung Hammerfell würde ich sagen denkst du oder Hammerfell war wer nochmal Hammerfell das war jetzt hängst schon wieder äh Hammerfell war das nicht die Hochelfen könnte sein ja also ich glaub als nächstes spielst du bei den Hochelfen irgendwie und was auch geil wäre hier ist also nochmal Morrowind in neuer Grafik machen und nicht so schwer und nie so schwer ne zwei Schläge mit nem Schwerk warst du tot ach passt in Skyrim ist man als Magier mit nem Schuss tot also auf schweren Modi wirklich ne jedenfalls ist Johans da der spielt auf schweren spiel ich keinen äh ja Dings keinen keinen Magier Traufhorn ist das Beste ja alles draufhauen was geht und im Krieg find ich die auch besser Baby don't hurt me don't hurt me no more ich bin der in der Mitte das ist der Philly Na und da bin ich der links ich bin der Fahrer kennt ihr nicht das Video steht in der Beschreibung wir brauchen jetzt äh Stein äh ich hab 60 gut normalen oder Klee äh äh ja normalen wieso Cobblestone ja gut fürs Dach okay ach so eine neue auch noch ne Änderung ähm Neterwarzen wachsen jetzt in auf dem in Earthland also in auf der normalen Welt nicht nädern nicht nur noch nädern sondern ich will erst mal sehen wie das aussieht so und wie sieht's aus na guck du mal also ich kann das nicht immer einschätzen wir sind so groß würde ich sagen wirklich ich würde es eh jetzt immer weiter runter eins wegnehmen immer oder es ist oder es hängt einfach zu weit unten glaube ich ne eigentlich hängt das ja immer eigentlich bei den richtigen Wänden und Ose runter ja aber das sieht irgendwie komisch aus ach machen wir erst mal fertig und dann oder warte mal ganz kurz ich glaube ach was jetzt auch noch ist ähm es es ist jetzt richtig zombie-like die Zombies geworden sie infizieren Dorfbewohner in der Version aber noch nicht na nicht hast du das nicht gesagt 1.4 habe ich gesagt in der Pri so stimmt ja ey wir machen das noch ein Stück ran ja ja das sieht auch ein bisschen strange aus ab der 1.4 weil ich die schon getestet habe die Pre-Release und ist da das Redstone besser habe ich gar nicht geguckt schade eigentlich müsste es besser sein na schlechter kann es ja nicht werden meine just my opinion die wollten ja das schon einen Tag äh also das Kostümfest schon mal einen Tag früher machen aber weil es war halt keiner da das auch keiner da und einmal war es der Grund man konnte keine Skins sehen was auch das Problem jetzt war an dem Fest also bitte mal auf Facebook Külperhausen Gruppe gucken also Seht ihr ein paar Fotos bitte mir erschrecken oh nein der hat kein Skin das ist durch Minecraft du musst oben neunst draufsetzen jo hab ich auch gerade gemerkt das einzige was ich bemängeln muss bei der Pocket Edition Kies fällt nicht herunter weißt du was ich gern mal hätte was denn dass Redstone durch so Leitungen kommt in der Luft schweben kann oder so äh ne Wand hoch na ich meine dass das so in der Luft schweben kann ne ne Wand äh an der Wand an so ner steilen Wand hoch geht auch oder halt dass man so richtig Stromversorgung machen kann durchsichtiges Redstone nein dass man so hier oben oh ich meine dass man so richtig Stromleitung machen kann ich musste da nochmal einen Link schicken da sieht man nämlich schon mal in der in der 1 äh ne in der 1 4 ja gibt es jetzt bald irgendwie hier solche komischen Blöcke die leuchten nach oben aus mhm es sieht aus wie so 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 ein Schein so richtig wie Schein mäßig so also wie man wie man bei naja bei manchen Spielen zum Beispiel wenn man irgendwas aktiviert hat geht das äh geht so ein voll heller Strahl in den in den Hümmel hoch Batman ja so in etwa aber halt richtig in Streifen nach oben muss ich dir da mal zeigen ist es jetzt ich hab keine Ahnung wie jetzt der Block heißt aber aber ich muss schon mal sagen ein Lob an Mojang ich bin Batman so dann eine nächste Neuerung was ich auch äh ja gut finde man kriegt nicht mehr wenn man ein Schild craftet ein Schild sondern drei ok was sehr gut ist sogar sehr gut äh wir penn jetzt einfach los wir gehen jetzt mal pennen die war nimmer weil ich kann es mir nimmer ansehen wenn das hier immer ständig regnet ist auch nicht schön wenn man dann nicht im Hintergrund die Musik hört weil durch den scheiß Regen hört man die kaum mehr Vorsicht hier kommt ein Spacken das ist natürlich richtig lolig so immer noch regnet ah fuck you oh Ruhe ah toll Skelett au eins in die Fresse bekommen sterbt sterbt oh an Wasser kann man so schlecht kämpfen ah ich hab gar kein Schwert mehr deswegen mach ich so wenig Schaden sterb ich schlag dich jetzt mit dem Knochen tot sterb sterb heh heh opa aber jetzt Sprunger oh das ist ja schön dort hinten ich hab ich schlag dich ja noch nicht das ist ja schön du das ist ja schön das ist ja schön das ist ja schön auch das ist ja wie